Ich bin Markus Semmler. Letztes Jahr gab es den Michelin Stern. Dies Jahr den Berliner Meisterkoch 2016. Für mich ist die Basis dessen das Handwerk. Zum Handwerk gehören die Hände zum Arbeiten, den Kopf zum Denken, frische Kräuter, Salz und Pfeffer und eine Prise Kreativität dazu. Das präsentiert uns, unsere Küche, unser Team und da sind wir besonders stolz drauf. Für mich ist das Restaurant von Markus Semmler eine Heimstatt des guten Essens. Er überrascht mich immer wieder und das macht Spaß. Eine besondere Stärke von uns ist unsere Catering-Firma. Was uns da auszeichnet ist, dass wir unsere Küche, die wir hier für zwei Personen präsentieren, auch für 1000 Personen umsetzen. Hivalent kommt tatsächlich an. Wir haben schon mal eine Freude. Ich bin Markus Semmler-Appめて mit dem Ganzen. Wir haben auch noch die Müllwahrer angesprochen, wir haben die Müllwahrer eine Wir haben auch noch die Müllwahrer eine Schöpfe. Wir haben auch die Müllwahrer eine Wiener etwasРunt. Ja, alsoo ich. Vielen Dank.